Da ist die Wohnung. Wenn du willst, kannst du gleich reinziehen. Nee. Wer wohnt hier jetzt? Ja, so ein Student. Robert Huber. Aber der ist verschwunden. Verschwunden? Ja. Spannendor ist verschwunden. Der Teufel. Er lauert hinter der Wand. Darf ich dir was zeigen? Du wolltest doch was erleben? Du bist meine Medizin, meine Drogen. Ich warte auf deinen Kopf. Sieg ich vor? Von dem Bösen. Wie oft hast du sie gefickt? Willkommen in mir. Geh weg! Unsichtbar. Hast du Angst vor mir? Alles klar! Ich bin mir. Ich gehe. Ich bin mir. Ich bin mir. Werden die Drogen.